ab ab mh gleich wie die Brüder die Wurzelt wir kommen ja von allen Seiten ich muss reagieren wo auch mit ihnen den Kopf schießt nicht getroffen Oh, ja, klar, genau auf meine Position. Hier wollten wir doch alle verarschen, Leute. Na, da ist die Puta. Du, deine Fresse. Fuck. Ich habe nur noch einen Schuss. Oh, da können wir uns Bullet Time sparen. Kriegt man ja mir ein bisschen dazu. Okay. Noch war es das nicht. Zwei Pinkeler haben wir noch. Oh, ein Goldes Teil für die Abgesägte. Zwei von drei. Na komm, mach es mir nicht so schwer. Schießt er noch einer? Nee. Oh, hier unten, glaube ich, ja. Ach, ich wollte ihm ein bisschen mehr Zeit lassen. Okay. Da könnten wir erstmal in Deckung gehen. Da dürfte er hier runterkommen. Hallo. Jetzt mal auf, muss ich den Gegner aus der Deckung. Oh, shit. Der hier unten. Immer der, der am nächsten. Am nächsten. Oh, ich kann ja nicht sprechen. Der, der immer nah dran steht. So. Der muss erledigt werden. Jawohl. Er fliegt da runter. Mist von Rätsel, wie er noch schreien kann, als er einen Shot bekommen hat. Aber, oh. Okay. Fuck. Na komm. Der ist noch hinter mir. Oh, fuck. Ich bin am Brennen. Puh. Jau. Das hat mich komplett kaputt gemacht. Hätte ich selbst den noch killen können. Ich hätte das nicht überlebt. Ich habe gar nicht gesehen, von wo das Ding kam. Oh, der setzt sich hin, der setzt sich bloß hin. Na geil. Der steht genau neben mir, wie sich das gehört. Stehst du auf? Ich glaube, das war's. Nur noch der da oben. Komm, 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 komm. Komm, nicht mehr für Bullet Time. Oh, der da auch noch. Okay. Hat uns ein bisschen Bullet Time gegeben. Weiter geht's. Keine Zeit für euch. Ah, ich hab ihn getroffen. Jetzt der da unten. Okay. Wir treffen mal Pinkele ein. Ah, fuck. Ich hab noch nie mal richtig in die Eck kommen. Ach, komm. Okay. Okay. Mach einen Fortschritt. Und zu dir. Da steht genau das Ding dazwischen. Okay, ich hab ihn. Das ist mich nicht. Hab dich. Ich hab keine Ahnung von wo die Molotows kommen. Und das beunruhigt mich mal wieder. Sehr. Je schneller die draufgehen, desto besser. Oh, Toskana hat zur richtigen Zeit auf. Danke dafür. Noch einer. Der kippt einfach um. Sieht gut aus. Der Typ da regt mich auf. Genau so. Ah. Setz die mal hin. Muss mal Pause machen. Für immer. Ah, noch so ein Action-Hero. Soll das erstmal gewesen sein. Hoffe ich jedenfalls. Oh, fuck. Friss. Keine Rakete killt mich. Action pur. Okay, wir kommen immer weiter den Hügel hoch. Boah. Ich hatte zu hoffen, dass der König in seinem Kastel war. Ich bin aus. Oh. Oh, Gott. Ich bin aus. Oh. Ich bin aus. Oh, Gott, ich bin aus. Ich bin aus. Doch. Gott. Ich bin aus. Ich bin aus. Ich hatte so viele armen Geuner, aber jetzt gab es keine Nachhaltung. Ich hätte nur schwerer, als ich hatte. Du bist mit Griechen! Du bist hier! 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 Hier bin ich wieder, mit all Hell um mich herum, vor einer anderen Frau, die ich versucht zu schützen. Das ist eine lustige Frau, dann. Ich gebe dir jemanden. Wir haben nur eine kurze Zeit gewählt. Sie hat sich länger als ich wusste. Ich habe noch nicht wirklich gegründet, für die Mona-Business. Aber ich wusste, dass es nur die Angst ist. Die Angstheit, die zu verlieren, das Leben du hast. Michelle... Ich erinnerte sie mit jedem Teil meiner Leben. Ich liebte die Welt, für mich nicht mit ihr mit ihr. Und ich liebte mich, für das zu passieren, und unsere kleine Frau. Aber ich wusste, dass ich die Stadt verlassen musste. Entschuldigung? Max Payne? Somehow, ich dachte nicht, er würde mir sagen, dass ich die Lotterin gewonnen hätte. Na, klasse, ey! Der hat auch nie seine Ruhe, der Kerl! Oh, was willst du, Dickerchen, hä? Oh, in Deckung gehen! Feige! Komm, stell auf! Ohne Mist, warum ist er so weit weggelaufen? Der stand doch gerade neben ihm! Er würde so weit weglaufen! Fuck! Weiß nicht, ob er dich vorrücken kann. Da sind die wieder! Ja, das sah gut aus! Wie doch, wir müssen doch einen Krach machen! Oh, ein bisschen zucken? Ja, komm, wir zucken! Ich kann meinen Arm nicht kontrollieren! Oh, so geil! Wow, wo kommt die denn her? Da muss man ein bisschen Slow-Mo-Action rausziehen! Oh, Lacker! Ja, 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 ich schieße erst mal in die Eier! Ach so, du willst mir zu nahe kommen! Kein Ding! Kugeln genug heute! Oh, von da unten, keiner hält mich auf! I'm Max Payne, Bitch! Genau, erstmal daneben schießen! Der bleibt doch stehen! Muss nicht wahr sein! Boom! Haha! Super halt schon! Yep! Oh mein Gott, geez! Reifenfahrer? Fahrer? Was? Fahrer! Hm! Wo hab ich ihn getroffen? Genau in die Brust! Oh mein Gott! Ihr meint's ernst! Dass nie die Polizei kommt! Hör mal los! Ja, da oben muss drauf gehen! Ja, voll! Jede Kugel einzeln! 300 Kopftreffer! Ja, coole Sache! Geht mir genauso! Problem ist nur, wenn ich weiter vorrücke... Wenn ich sowas von dran... Die sieht man ja fast gar nicht! Wie ihr sehen könnt... Fuck! Ich will weiter vorrücken und die Penkeler schlucken! Naja, nimm mal die SMG hier mit! Die Uzi! Jawoll! Ja, das ist doch nur reden, oder? Fuck! Hinter mir! Wo kommt der denn her? Wow! Er steht doch auf! Weißt du, da war nur einer! Ah, da rollt da die Treppe runter! Wunderbar! Wunderbar! Wenig Munition! Kurz switchen! Okay! Weiter hier hoch! Oh, noch mal Zeit zum Verstehen! Ja, klar! Ist klar! Aber nicht mit mir! Kannst du mal ein Bild von der Situation machen! Sauber! Oh, der schießt nur mit seiner... Ah, der kann doch nicht wahr sein, müsste weg! Boah, der versteckt sich so gut dahinter! Kann doch nicht wahr sein! Was in der Position! So! Nur natürlich von hinten! Ah! Genau in den Mund! Hey, komm! Hey, wake up! Let's go! Hey, how you doing? You know about the thing? $100,000! I'm not fucking around! I'm not even! You know what? I don't trust Joe! The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract buying scumbag on the eastern seaboard. Yeah, yeah, but how are we gonna know who we're after? Huh? I got hollow points! Look, we all got hollow points! Look, we split the bar. Nice and eat! Alright? Eine Granate! Alles weggegessen! Hahaha! We'll work it out together! Okay? Look, cause I'm not giving no hands out! I'm not giving no hands out! Not asking for hand out! I don't have a shot! What are you doing? What are you doing? Sehr schöner Headshot! Just look, just look, just look! Malerweise ist der Tod! Tja, Leute! Und ich komm von hinten! Wie gefällt euch das? Oh mein Gott, das sind ein bisschen viele! Fuck! Kann nicht wahr sein! Okay! Versuchen wir mal so viele Headshots zu bekommen, wie's geht! Ja, da hinten! Jawoll! Sieht sehr gut aus! Oh! Shotgun nehm ich doch mal gerne mit! Jetzt kann ich dem ja mal richtig nahe kommen! Da ist er doch! Weckerblastet! Dann aber schnell! Einmal die SMG! Das glaubst doch nur du! Fuckin' killin'!